Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Hi. Genau, Curse ist wieder mit dabei. Heute spiele ich und ich mag die Stelle nicht und ich weiß auch wieso. Hier habe ich nämlich irgendwann mal gesehen. Ich glaube auch bei dir, ne? Nein. Wie war das noch mit der Kamera? Ach ja. Und Nachtsicht so. Okay. Das gefällt mir nämlich schon mal gar nicht hier. Ich fühle mich daheimisch. Fast bei uns zu Hause. Soll ich? Ich will da nicht runter, ne? Du musst da runter. Meinst du, muss ich nicht hier vielleicht? Du musst da runter. Was? Los, los. Okay. Also ich glaube noch kommt nix. Aber wie gesagt lange her. Ja. Ein bisschen Zeitung lesen vielleicht. Ich gucke mal, was da steht. Genau. Dose Cola. Vielleicht können wir den Code einscannen. Da war gerade ein Code drauf. Ich mach mal. Ja? Ein bisschen Product Placement. Als gute 20 Cent Wasser. Okay. Okay. Wir haben aber eine Batterie gefunden. Das ist schon mal sehr schön. Aber hier geht es immer nicht weiter, ne? Da bin ich ja gerade hergelaufen. Komm. Ja. Ja. Das ist nicht über dir diese Rampel. Nee. Stimmt. Nein. Trotzdem müssen da weiter, glaube ich, ne? Da kann ich ja auch. Da kann ich ja auch. Da bist du runtergeschwungen gerade. Da muss ich da, oder? Da. Da muss ich dann lang. Weißt du? Hm. Jetzt hast du mich verunsichert, für keine Ahnung mehr. Ja, warte. Nee, hier war gerade, aber wir waren gerade nicht. Alter. Einladen sagst du. Ja. Zeigst uns den Arsch. Just hang around. Ich glaube, dem geht es so gut. Ich höre schon wieder was. Der springt jetzt noch mal an. Nein. Der hat einen Popo. Da. Wie? Kann man sich nicht abputzen? Das ist sehr unhygienisch. Ich finde das nicht gut. Definitiv. Der Akku ist gleich leer. Ich weiß. Ich habe aber gerade eine Batterie gefunden. Alter. Das war nur Wasser. Was ist denn? Mann. Oh. Ich will fast nicht. Da steht überhaupt nicht was du hast. Er speichert. Hilft schon mal. Nein. Nein. Da liegt. Mach doch mal. Mach voll. Dann siehst du mehr. Ist doch voll. Ne, wenn du jetzt nachlässt siehst. Mach ich dir noch mal nachlässt, oder? Mach ich dir noch mal nachlässt. Da. Das hatten wir letztens. Genau. Äh. Du siehst du siehst genauso viel. Stimmt. Nämlich nichts. Entschuldigung. Wasser. Vielleicht bin ich da rein zooms. Also ich glaube, da rennt Anna rum. Das ist halt so viel Kettnall. Ist der da schon? Wo läuft der denn hin? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, da kommt zumindest. Pssst. Nicht rennen. Pssst. 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 Seid doch mal leise. Jetzt gehst du jetzt wieder zu ihm. Nein, ich sehe ihn nicht mehr. Der kommt von da. Ich sehe ihn aber nicht. Ja, aber ich höre ihn. Das reicht mir. Der wird da weg. Guck noch mal mit zoomen. Zoom mal rein, bitte. Oh, der ist doch verrückt. Der ist hier rüber. Und wenn du willst, geh da weg. Pssst. Sei ruhig. Ich. Ich geb dir nur einen guten Typ. Der bleibt stehen. Hörst du? Er ist stehen geblieben. Ich glaube tatsächlich, wenn ich Schiss habe, dann fange ich an zu gerne. Ich könnte schon wieder. Du fährst schon wieder? Nächstes Mal tagsüber. Jetzt höre ich ihn leiser, leider? Ja, der haut auf jeden Fall ab. Zoom mal rein, bitte. Dann siehst du, glaube ich, mal davon. Noch ein Stück. Ich sehe da gar nichts. Natürlich nicht, ne. Okay. Wir müssen hier irgendwo einen Ausweg finden. Wir halten uns jetzt am besten an der Wand. Und... Ja, ich fühle das. Mach's das schon. Du steuerst. Okay. Alles gut. Ich hab keine Angst. Die tun mir nicht weh. Wir hören ihn ja. Deswegen... Also jetzt ist er ganz leise. Deswegen ist er bestimmt weggelaufen. La, la, la. Der Akku ist ja schon wieder leer. Ja, was soll ich machen? Wir müssten ohne laufen. Oder du willst ihn auch nur ganz kurz machen. Der ist neben uns. Oder du willst. Der läuft da lang. Genau da. Da ist er. Fuck! Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Ja, wo soll ich hin? Weiter zum Rand. Geh da rüber. Bei euch sieht das bisschen falsch rum aus jetzt. Ja. Okay. Er wird sich um. Können wir da hoch eventuell? Ich glaube, wir müssen. Okay. Dann versuche ich das mal. Ja. Siehst du ihn noch? Mhm. Da müssen wir hin. Auf jeden Fall. Da ist aber glaube ich so ein Steg. Wo war das nicht so, dass man erst... Da muss man irgendwie da lang laufen oder so. Guck mal genau. Guck mal. Da siehst du das da vorne ist? So eine Plattform. Ja. Da hinten muss... Da irgendwo da musst du es rauf oder so. Ja. Bist du sicher nicht hier? Das ging nicht. Doch, da ist das so eine... Nein, da musst du dran springen von da oben. Da. Ja. Also wir sollten nicht rennen lassen, ne? Dann hört er nicht. Glaube ich. Ich behaupte das jetzt einfach. Oh Gott. Bitte mach, dass er weg geht. Bitte. Nicht weg, zu. Du da sieht dich. Lauf, 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 lauf. Rinn. waiting, 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 waiting. Uhuuah. Lauf und laufen. Alter, ok. Ja. Nüsste 기억unnen nicht da vorbei? Ja. Ja, ich weiß nicht, wenn dann kommt einen Dol� in. Ich glaube du bist da sicher. hör', hör''. Bitte voll lang! Scheiße, ich will es nicht voll lang! Ist doch gut, 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 gut! Machst du das? Genau da! Hab ich doch gesagt, da musst du lang! Alter! Erstens ist da einer langer, zweitens kommt man nach Batterien. Ist das ruhiger wieder? Zwei. Da, in der Ecke. Ob da welche liegen oder so. Schade. Nee, liegt nix. Gut! Es ist ja nicht so, als wäre mir gerade ziemlich warm. Das glaube ich dir. Okay. Keine Ahnung, wir laufen einfach mal hinterher. Mach das, mach das. Mir gehts gut, die Sache. Wenn nicht so gut ist, ist alles super. Toll! Was ist jetzt schon wieder? Okay. So. Mach mir das Mikro ein bisschen. Kannst du den Dampf, oder? Ja. Soll ich da hinten erstmal gucken? Wegen Batterie oder so? Ja. Ähm. Ähm. Ehh. Ich glaube, die sind ein bisschen tot. Ein bisschen. Aber da geh ich nicht rein. Das stinkt so. Hast du gerochen? Ja. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, ab hier kenne ich mich gar nicht mehr aus, ne? Oh. Oh. Ich weiß es wieder. Man musste zur Seite schieben, glaube ich. Da musste man immer vor so einem verrückten Doktor weg, glaube ich, oder so. Weißt du das noch? Ähm. Ne. was war krass. guy. Der hatz. Der hatz. So, geht schon wieder los. Der hatz. Du bist das entschuldige wirklich. Ich mach's und ich mit Absicht. So, es ist zu spät. Es ist einfach zu spät. Ist doch noch nicht so spät. 21,34. Hi. Hä? Gucken mal. Den abgetrennten Pipi. Ja. Ach, Scheiße. Links oder rechts? Die Syri. Syri. Syri, genau. Syri. Nicht wundern, das steht jetzt auf der kleinen Banderole auf unseren Thumbnails. Genau. Steht jetzt Curse und Syri. Weil man Syri auch so ein Stückchen nicht so gut lesen kann. Genau. Haben wir jetzt Syri getauft. Syri? Die, die sich in die Hose scheißt. Fast immer. Also ich glaube, wenn ich hier unten eingesperrt wäre, würde ich mich einfach nur noch auf den Boden legen und warten. Dass es vorbei geht. Ob wir den reinlassen, soll es oder auch nicht. Cool. Batterie. Lieber nicht, oder? Ich weiß nicht. Jetzt ist er weg. Ich hoffe, wir müssen da weiter. Okay. Ui, 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 ui. Machst das gut bis jetzt. Ich guck mir in de Bugs. My friends. Fünf Minuten noch. Dann machen wir jetzt in den fünf Minuten noch ganz, ganz wenig, damit Curse gleich das Weiße machen muss. Das ist doch recht schillig da, was jetzt das. Ja, jetzt geht's. Gerade das Wasser da unten mit dem komplett Dunkel, das war krasser fand ich. Doch, das ist das. Der Neck hat irgendwas geatmet. Oh, cool. Ja, er atmet auch was. Eine Batterie. Ne, er war hinter uns. Hörst du das? Da hinten, da drin sitzt er. Betten? Ohne. Da sitzt keiner. Da kann man nicht aufmachen. Zu lebendig. Ich fühle mich ganz wohl so. Ist schon in Ordnung. Ich glaube, wir müssen da gleich auch rein. Wunderwitz. Wir müssen da jetzt äußern. Aber wir können mal nicht weitergehen. Da geht's nicht rein. Aber guck mal, da ist offen. Oh, cool. Eine Akte. Nein, wir lesen nicht. Nicht? Okay. Ich glaube nicht. Ganzes Jahr mal kurz. Welches war das denn nicht? Das war ein Dokument, ne? Noti, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, ein Dokument, ja. Nee, das ist ja. Der Verband dann oder nicht? Das ist am hellsten, irgendwie. Ja, ja, genau. Genau, genau. Nee, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das ist bestimmt das Einzige, was wir gelesen haben. Gucken. Ich weiß nicht, welches. Das war am besten. Wir machen das nämlich so fürs nächste Mal, wenn wir dann mal reingucken. Ja. Dass wir die einmal hier... Ja. Dieser scheiß Ort. Störgewert hier zu den wenigen schrecklichen Dingen. Okay. Na? So. Ja, ist ja jetzt egal. Hast du das was Neues gekriegt? Hä? Hast du was gelesen damals nochmal geblinkt oder so? Nein. Alles gut. Geh mal da hoch. Das ist ja schon versucht. Wo hoch? Da in den Luftungschaft. So da, da. Ach da, das ist ein Luftungschaft. So was ähnliches. Äh. Für frische Luft. Darf nicht schlafen. Ja, dann schlaf halt nicht, ne? Wenn du meins. Für mich darfst du das nicht mehr spielen. Oder ich muss selber spielen. Dann gerne ich nicht so viel. Ohne Witz. Dann bin ich... Was jetzt? ...aufprägend zu lassen. Schieb das weg. Schnell, schieb das weg. Schaffst du das? Schaffst du das? Genau. Zu. Uh, lauf, 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 lauf. Du musst gleich irgendwo was vorschieben. Weg, 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 weg. Schieben. Das, ja genau. Ich glaube ja. Geil, ja. Mach das schneller. Okay, weiter, 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 weiter. Wegschieben. Äh, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Mach doch schneller. Gib Power, gib alles. Komm schon. Okay, 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 okay. Wo lang? Oh, fuck. Weiter, 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 weiter. Da lang? Ja. Oh, lecker. Und auch zu machen. Oh, fuck. Komm schon. Okay, weiter. Weiter, ich bin verlassen, ohne Witz. Ah, perfekt. Okay. Das ist gut überstanden. Guck mal, ob wir da einen Savepoint kriegst, oder so. Ball Rider? Das haben wir schon mal, was haben wir gelesen? Genau, das ist schon irgendwo dran, aber in Blut geschrieben. Ja, die haben einfach ein Problem mit uns, dass wir so springen, oder? Meinst du? Ich weiß nicht, sieht so aus. Was würdest du sonst machen? Uhhh. Schlüttbrige, kleine Schlampe. Ja ja, ich gebe dir da ich Schlampe, du. Ich bin ganz einfach. Och nö. Ich wollte gerade sagen, du kannst abgehen, der hat gespeichert. Ich habe gespeichert und die Zeit ist so gut rum. weiter, weiter, weiter ja toll, weiter ja, umruhe oh Gott, ey ich hab kein Geld ich hab kein Geld ja ja und tschüss, meine Freunde oh, fuck ja, ist das, ja äh, ha ha oh, mein Herz, ne ich hab bestimmt wie ein Gesichtskriemens keine Ahnung, ich spiel auch aber das war der chillige Part für mich ich find das ganz angenehm, wo du schaffst, daneben sitzen ja, ich will jetzt nicht sagen nix sagen nix sagen nix sagen nix nix ich weiß gar nicht, wir haben das nicht weit gespielt eigentlich, ne ne, ne, das war anscheinend schon weit also mir kommt das weit vor, weil wir aber es ist auch, wenn wir es auf Folgen äh, unterteilen, ne ja das ist da haben wir uns jetzt eher im Spiel, was du, wirst du, wirst du raus und dann gehst du einen Stroll gehst, ich bin hier gehst, gehst, ich bin hier das ist nicht, Harry nein, okay das sind die Grindstone, ich mag das okay du, wirst du das, wirst du seine Fingernägel sehen seine, ne seine, ne ich finde auch Monster ich finde auch Monster mit Fingernägeln ich finde dann einfach irgendwie äh, passt das nicht okay können wir noch schön pink lackieren ja nein die Haare gehen ein bisschen schminken ja die ist klar dann sehen die ganz nett aus ja das ist ja das Problem was soll ein Monster nicht nett aussehen töte mich töte mich boah die Folge ist ein bisschen länger, ne ja, das geht das muss jetzt kommt vor wenn ihr sie schaut, ist also super ja das war das er ist nackig nackt aber so weit von ich würde voll schreien das war sehr eklig, oder? ich hab jetzt schon Gänsehaut wenn da tatsächlich jetzt zarte Gemüter zuschauen mit hart ja ich weiß nicht, ob ihr mitguckt das Stück wenn ihr irgendwelche Probleme Herzprobleme oder so habt bitte guckt jetzt weg dann solltet ihr generell bei uns kein Outlast gucken jetzt ehrlich da will ich nicht dran schuld sein dass da was passiert Herzschrittmacher Kinder ja, aber das war nicht schön guckst du jetzt wohl hin? na guckst ich hab's schon wieder vergessen ja, genau nom 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 das ist die om nom nom special mission ja, genau wie nennen wir om nom nom ja, ist doch sehr eklig ja, ist doch perfekt er kann auf jeden Fall du musst doch du bist dran ach so, ich bin dran jawoll alter ja okay sehr schön sehr, sehr schön ja war sehr schön ihr habt's gehört sehr schön sehr schön okay, dann würde ich sagen ich hoffe euch hat die Folge gefallen ihr habt euch ein bisschen gegruselt erschreckt wie auch immer also ich hab mich erschreckt und das ganz gut das war auch sehr krass und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und vielleicht ein Like da lasst oder gegebenenfalls sogar ein Abo ich bin auch dafür ja und ja, bis zum nächsten Mal tschüss tschüss